guten morgen heute ist der 14 freue mich sehr so eine krascheltüte ach guck mal hier sogar lose heute schnell aus der kuscheltüte ausgepackt guck mal oder noch mehr drin ich glaube jetzt sind sie alle raus guck mal ist das niedlich lauter so kleine huch den ganzen tag mit spielen jetzt sind das fröbel sterne nein das sind glaube ich keine es ist einfach nur so kleine sterne die man auf die projekte darauf kleben könnte die haben auch schon so eine klebeseite hier hinten drauf siehst du das total niedlich die farben mag ich mega gerne voll schön ein toller tag zum auspacken ja vielen dank ich wünsche dir einen tollen tag bei allem was du heute tust und freue mich auf dich morgen bis dahin tschüss